Janis Niewöner fand ich schon in Twilight voll süß. Das ist schön, da bist du wahrscheinlich die Einzige oder der Einzige, der mich da wiedererkannt hat. Woher kommt eigentlich dieser Max? Ist das noch so ein Ochsenknecht, Bruder? Janis Niewöner? Ist das der Junge von der Kinderschokolade? Das wäre mein größter Traum und ich warte auf das Angebot und ich liebe Kinderschokolade, aber ich bin's nicht. Max von der Gröben nervt wie ein Pickel. Ein Riesenpickel. Das ist nicht. Janis, ich will ein Kind von dir. Dein Tom. Ja, Tom. Das ist eine Familie. Boah, kapier nicht, was an diesem Max so sexy sein soll. Das ist voll das Opfer. Mit A. Das ist nicht richtig.